Kapitel 10 Der Plan Schwanger? Wie schwanger? Weiß es Harry? Warst du schon im Mungo? fragte Hermine und konnte nicht verhindern, dass ich ein kleines Lächeln auf ihr Gesicht stahl. Nein und nein. Ich wollte mir erst mal sicher sein, flüsterte Ginny traurig. Hermine legte ihre Hand auf Ginny's Schultern und lächelte sie aufmunternd an. Hey, warum bist du so gekränkt? Harry wird sich unfassbar darüber freuen. Nein. Ja, aber die Last wird wieder auf meinen Schultern liegen. Harry ist immer auf der Arbeit und wenn er kommt, ist er immer müde. Ich wäre auf mich alleine gestellt. Mal wieder. Ginny's Augen füllten sich mit Tränen und Hermine tröstete sie, indem sie ihre Freundin in den Arm nahm. Hey, wir bekommen das Kind schon geschaukelt. Ich bin doch auch noch da und Molly doch auch. Sie hilft doch gerne, sagte Hermine lächelnd und streichelte Ginny's Wangen. Ginny lächelte unter Tränen. Jetzt mach dir nicht so viele Gedanken, sagte Hermine erneut und drückte Ginny einen Chai-Latte in die Hand. Und was ist nun eigentlich mit dir? Du musst mir alles erzählen, sofort, sagte nun Ginny und wichte sich gespannt die Tränen vom Gesicht. Sie trank das köstliche Getränk halb leer. Naja, es ist ungewohnt. Die beiden sind unendlich lieb zu mir. Es ist schön bei ihnen, auch wenn ich weiß, dass ich bald wahrscheinlich eine neue Wohnung suchen muss, seufzte Hermine mit einem verlegenen Lächeln im Gesicht. Und? Wie ist er? fragte Ginny gespannt und weiterte ihre grünen Augen. Ja, sag dich doch eben. Er ist ganz nett, wiederholte Hermine nickend und Ginny rollte mit den Augen. Sie beugte sich zu Hermine vor, um sicher zu gehen, dass sie keine der beiden hörte. Merlin, nein! Das meine ich doch gar nicht. Wie ist er im... Hm? Flüsterte Ginny gespannt mit großen Augen, als Hermine feuerrot anlief und verstanden hatte, was Ginny eigentlich meinte. Ginny, rief Hermine empört, nahm einen leichten Ordner und schlug Ginny damit auf den Kopf. Diese duckte sich lachend und stellte ihr halbleeres Getränk ab. Merlin, sein Sohn wohnt bei uns. Halt bloß die Klappe, es lief nichts, fügte Hermine empört hinzu und wandte sich hochrot mit einem Kopfschütteln ab. Ja, ja, noch nicht, grinste Ginny und lief zum Kamin. Übrigens kommen wir morgen mal mit Albus vorbei. Er will sich gerne mit Malfoys Sohn aussprechen und mit ihm gemeinsam zum Quidditch. Vielleicht sehen wir uns ja alle jetzt öfters und werden eine richtige Familie, lachte Ginny. Hermine riss empört ihren Mund auf und wollte gerade etwas nach Ginny werfen, als diese spitzbübig zwinkerte und nach Hause flote. Flote? Sagt man das so? Und somit ließ die Rothaarige eine aufgebrachte und feuerrote Hermine zurück. Sie und Malfoy machten... Bei Merlin. Nein, 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 nein. Allein die Vorstellung war schon so... Ja, wie? So seltsam, verwirrend und erotisch, dass Hermine sich die Hände aufs Gesicht schlug. Sie hatte noch nie darüber nachgedacht, wie es mit Malfoy wäre. Nein, Hermine. Arbeiten. Konzentrieren. Denke an Zahlen. Ganz viele Zahlen. Denke an die Anträge. In dem schwarzen Ordner war ein ungelochtes Blatt. Ernie hatte heute seine Haare nicht gewaschen. Bertha aus Abteilung 2 trug seit einer Woche dieselbe Hose. Hermine atmete auf. Gut so. Immer schön an die Arbeit denken. Aber Malfoys Hintern war... Merlin! Nein! Hermine raufte sich die Haare. Dad ist in! Draco hielt Scorpius dem Mund zu und Scorpius schaute verwundert zu seinem Vater hinauf. Lucius beugte die Situation mit Schlitzaugen und Narcissa setzte sich an den gedeckten Frühstückstisch, um das Essen auf die zwei einzelnen Teller zu verfrachten. Gerade wollte sie aufstehen und zwei weitere bringen, als ihr ein Zettel auffiel. Narcissa nahm ihn schnell und warf unter dem Tisch einen Blick auf ihn. Dabei nutzte sie in den zwei Sekunden ihr fotografisches Gedächtnis. Hey ihr beiden, ich konnte euch heute keinen guten Morgen wünschen, wollte euch nicht wecken, weil ich früh im Büro sein musste, aber ein kleines Frühstück als Entschuldigung. Wir sehen uns heute Abend. Hermine, PS. Scorpius, du fehlst mir jetzt schon. Ich habe dir ein kleines Buch auf deine Kommode gestellt über magische Tierwesen. Vielleicht gefällt es dir. Sie steckte den Zettel in ihre Tasche und tat, als wäre nichts gewesen. Dein Dad wollte, sagte Draco langsam, dass du Großvater das Quidditch-Abzeichen zeigst. Aber jetzt wolltest du es eh schon verraten. Na dann los, lass ihn mal holen, unterbrach er Scorpius mit langsamer Stimme. Ja, das zeigen wir Großvater, rief Scorpius begeistert mit großen Augen und rannte auf die Wendeltreppe zu. Draco lief ihm in langsamen Schritten hinterher und wandte sich an der Wendeltreppe nochmal an seine Eltern um. Anschließend folgte Scorpius nach oben ins Zimmer. Er ließ Lucius zurück, der ihn mit einem misstrauischen Blick und Schlitzaugen hinterher sah. Er wartete mit Händen in der Hüfte gestemmt, bis Draco und Scorpius außer Sichtweite waren und wandte sich mit einer steifen Umdrehung zu Narzissa um, das sein Umhang wedelte. Narzissa, da ist doch was im Busch, sagte er und stampfte mit seinem Gehstock verärgert auf den Boden. Ja, in der Tat, antwortete Narzissa nachdenklich. Finde es heraus, forderte Lucius in einem befehlshaberischen Ton. Das hat mir nach der Schreckschraube noch gefehlt, dass mein Herr Sohn eine selbige der Art ins Hause holt, zischte er weiter und setzte sich an den Tisch wie Narzissa vor ihm. Ach meine Güte, Lucius, lass ihn das bloß nicht hören, er ist noch immer in Trauer, Ja, meinte Narzissa ihn, äh, mahnte Narzissa ihn und Lucius schnaubte gelangweilt. Ja, ja, ja. Dann sah er sich erstaunt um, bis sein Blick an seine Frau hängen blieb. Siehst du das auch? Narzissa wandte sich nun eben so suchend um. Nein? fragte sie langsam in gedehnten Ton. Ich auch nicht. Wo bleibt der Teller? fragte er süffisant und gleichzeitig erstaunt, als wäre es eine Selbstverständlichkeit, dass Narzissa ihm einen Teller aus der Küche holte. Eigentlich hatte sie es ja eh vorgehabt, aber... Narzissa musterte Lucius von oben bis unten. Was ist? fragte ihr Mann und blickte steif an sich hinunter. Siehst du das, Lucius? fragte Narzissa skeptisch und Lucius hob eine Augenbraue. Was sehe ich? fragte er und hob arrogant eine Augenbraue. Dasselbe wie ich? Zwei gesunde Arme! Hol dir deinen Teller selbst! Ich bin deine Frau und keine Hauselfe im Haus meines Sohnes. Narzissa bediente sich zufrieden und erhob den Hauptes am Frühstück, während Lucius ihr erstaunt zunickte und seine Mundwinkel anerkennend herunterzog. Chapeau, Narzissa. Chapeau. Draco schloss die Tür von Scorpios Zimmer, während der Kleine gerade sein Quidditch-Abzeichen suchte. Draco setzte sich aufs Bett und klopfte auf dem Platz neben sich. Komm mal eben her, forderte er und Scorpios setzte sich überraschend neben ihm. Ja, Dad? Ich hab wirklich nichts gemacht, verteidigte sich Scorpios sofort und Draco lachte. Nein, du hast nichts verbrochen, grinste er und verwuschte Scorpios Haare. Du willst mit Sicherheit nicht, dass Opa und Oma Hermine ärgern, oder? Deswegen finde ich es besser, wenn sie erstmal nicht wissen, dass Hermine hier wohnt. Was sagst du dazu? fragte Draco indirekt und Scorpios schien zu überlegen. Aber... Entschuldigung. Aber Opa und Oma werden Hermine mögen, ganz bestimmt. Habe ich nicht recht, Dad? fragte Scorpios mit großen Augen und Draco lächelte ihn einfach nur müde an und legte seine Hand auf Scorpios Nacken. Verrat nichts, kleiner Mann. Wir wissen nicht, ob Opa sie vielleicht nicht leiden kann und Hermine so traurig ist, dass sie gehen will. Scorpios sprang erschrocken auf. Nein! Hermine darf nicht gehen! Wir verraten nichts, Dad! Scorpios tat, als würde er seinen Mund mit einem Schlüssel verschließen und den Schlüssel mit aufeinandergepressten und verschlossenen Lippen wegschmeißen. Draco lachte und tat es ihm nach. Anschließend fiel Scorpios ihm in die Arme. Ich habe Hermine so gern, Dad, flüsterte er und Draco küsste ihn auf dem blonden Schopf. Ich auch. Narcissa und Lucius blieben eine Stunde, die Draco wie ein Tag vorkamen und standen endlich zum Gehen bereit auf. Narcissa wartete auf einen unbeachteten Moment, zückte schnell den Zettel von Hermine und tippte mit einem Zauberstab murmelt auf ihn. Exemplum. Anschließend legte sie ihn schnell wieder auf den Tisch, ehe sie dann mit Lucius ins Manur apparierte. Im Manur angekommen, befahl Lucius seine Hauselfe, ihm die Drachenlederschuhe auszuziehen. Nur mach schneller, du dummes Ding, raunte er ungeduldig und der Hauself Nobby beeilte sich nun mit seinem kleinen, verschrumpelten Elfenhändchen schneller, die Schnürsenkel aufzufummeln. Lucius trippelte ungeduldig mit den Schuhen auf dem Boden. Lucius vermisste... Bobby? Wer ist Bobby? Oder meint sie Dobby? Lucius vermisste Bobby, aber wollte es nicht eingestehen. Jedoch wussten Narcissa und Draco es oder ahnten es. Wieso sonst sollte er seine neue Hauselfe Nobby nennen? Und weil Nobby eben nicht wie Bobby war, mochte Lucius ihn nicht. Narcissa war noch immer mit dem Zettel beschäftigt, den sie sich mehrmals durchgelesen hatte und dessen Kopie sie jetzt in den Händen hielt. Sie zückte erneut den Zauberstab und tippte ihn an. Anschließend ging sie zu ihrem Mann, der die verzweifelte Elfer herumscheuchte. Lucius, ich muss mit dir reden. Wir haben ein riesiges Problem, sagte Narcissa und setzte sich. Lucius lachte süffisant. Merk dir eines, mein Täubchen. Es gibt keine Probleme... kein Problem, das man nicht mit Unmengen von Galleonen lösen kann, zwinkerte er, lachte trocken und Narcissa schürzte die Lippen und hielt ihm den Zettel wortlos hin. Lucius sah seine Frau skeptisch an und nahm den kuriosen Zettel entgegen. Okay. Was? Hi, Draco. Tut mir leid, dass ich gegangen bin. Ein kleines Frühstück. Als Entschuldigung. Ich war ein bisschen verkatert heute, aber egal. Es war mal wieder eine heiße Nacht mit dir. PS. Ich rufe, dein Sohn hat uns nicht gehört. Hihi, bis zum nächsten Mal. Pansy. Lucius starrte mit geweihteten Augen den Zettel an und fasste sich fassungslos ans Herz. Nein, nein, murmelte er und setzte sich absolut fassungslos auf einen Stuhl vorm Kamin, ehe er kollabierte. Es tut mir so leid, Lucius. Ich wollte es dir nicht sagen, aber wie sollte ich ein derartiges Geheimnis für mich behalten? Ach, wie habe ich meinen Sohn nur erzogen? Ich habe auf ganzer Linie versagt. Narcissa zupfte sich mit einer Serviette die imaginären Tränen aus den Augenwinkeln, drückte sich diese anschließend auf die Nase und verschwand mit einem trockenen und unechten Schluchzen. Lucius blickte fassungslos ins Leere. Es war inzwischen 20 Uhr und Hermine hatte ein schlechtes Gewissen, weil sie so spät zu Hause war. Eigentlich wollte sie den beiden was kochen, aber sie war während der Arbeit so aufgewühlt und abgelenkt, dass sie etwas Zeit brauchte, ehe sie wieder richtig konzentriert war. Und das holte sie alles bis zum Abend nach. Sie apparierte bis vor die Tür und öffnete sie. Sofort kam Scorpius aus dem Wohnzimmer angerannt und drückte sie. Hermine! Du bist heute so spät! Aber guck mal, der hat gekocht! sagte Scorpius begeistert und zeigte mit den Fingern auf die Küche. Hermine schaute unglaublich hinein und schloss die Tür hinter sich. Hallo! sagte sie verlegen und Draco zwinkerte ihr zu, während er am Herd stand. Erstmal Hallo, mein Spatz! sagte Hermine zu Scorpius und küsste ihn lächelnd auf den Schopf. Scorpius zeigte Hermine die Bilder, die er gemalt hatte und rannte anschließend aufgeregt zu seinem Minimuff ins Zimmer, um ihn ebenfalls zum Abendessen zu holen. Was kochst du denn Leckeres? fragte Hermine und lief lächelnd in die Küche hinein, um einen Blick auf den Topf zu werfen. Reis mit Curry und Gemüse. Ich hoffe, du magst das! fragte Draco und streckte ihr einen Löffel von der Currysoße in den Mund zum Probieren. Hermine nickte an der Cannon und grinste. Wow, du kannst echt gut kochen! lobte sie ihn. Draco lächelte und holte einige Teller aus dem Schrank. Anschließend sah Hermine schulterzogend an. Muss ja! Er lief lässig aus der Küche mit dem Geschirr und Hermine bemühte sich, nicht auf seinen Hintern zu starren. Er trug eine Jogginghose in weiß und ein grünes T-Shirt dazu. Melanie, diese Hose formte seinen Hintern so unfassbar gut. Hermine schüttelte den Gedanken schmunzelnd ab. Sie zog ihre Jacke voller Vorfreude aus und hängte sie in den Jackenschrank. Anschließend holte sie Besteck und Trinkgläser aus den Schränken und half Draco. Sie verbrachten gemeinsam mit Scorpius einen wunderschönen Abend auf der Terrasse mit dem Blick zum See. Hermine erzählte Scorpius, dass Albus für den morgigen Tag mit seinen Eltern zu Besuch kommen wollte. Draco hob skeptisch den Kopf und Scorpius und er sahen sich an. Aber, nur mit der Scorpius legte seinen Kopf auf die Arme. Er mag bestimmt nicht mit mir reden. Dann musst du dich aber entschuldigen. Stimmt's? Fragte Draco seinen Sohn neckisch und stupste ihn mit seinem Kopf an. Also, ich hab da was anderes gehört, grinst der Hermine und sah lächelnd zu Scorpius. Was denn? fragte Scorpius und hob gespannt seinen Kopf. Er will wieder mit dir befreundet sein und er will auch gerne mit dir ins Quidditch-Training, erzählte Hermine ihm und Scorpius und machte große Augen. Albi wird wieder mein Freund und er möchte auch zum Quidditch? fragte er begeistert und kletterte ganz aus dem Häuschen auf seinem Stuhl herum. Das kommt bestimmt von Potter, murmelte Draco bemerkt allerdings, denn Scorpius neben sich am Klettern. Hinsetzen! Du fällst gleich, meinte Draco, doch da war Scorpius schon hingefallen. Hermine und Draco sprangen auf. Nichts passiert, ich lebe noch, Dad, kicherte Scorpius vom Boden aus und Hermine und Draco brachen ein scheinendes Gelächter aus. Hermine lief um den Tisch und half Scorpius wieder auf. Deswegen soll man nicht auf dem Stuhl herumklettern, sagte Hermine lächelnd und gab Scorpius einen Kuss auf die Stirn. Okay, mach ich nicht mehr, sagte Scorpius lieb und umarmte Hermine, eher in sein Zimmer rannte, weil er ein Bild für Albis ein Entschuldigungsbild malen wollte. Hermine und Draco räumten gemeinsam den Tisch ab. Anschließend verabschiedete sich Scorpius von Hermine und lief mit Draco sich bettfertig machen. Hermine saß währenddessen mit einer Decke um sich auf der Terrasse und genoss ihren Feierabend. Dabei dachte sie wehmütig an ihre Wohnung und wie sehr ihr der Wintergarten fehlte, an dem sie so gerne saß und ihre Lieblingsbücher las. Der Gedanke machte sie traurig, auch wenn dieser See eine noch wunderschönere Aussicht bot. Während der Mond sich im tiefen schwarzen See und der dunklen Nacht spiegelte, hörte Hermine plötzlich Schritte und sie wandte sich um.